Ich habe mein letztes Geld zusammengekratzt und einen 50-Euro-Schein mitgebracht. Und meine Frage ist, wie viel ist der Wert? Wie viel ist das wert? Schwer zu sagen. Ich glaube, es gibt darauf mehrere wichtige Antworten. Und eine Antwort ist sehr naheliegend. Dieser Schein, dieser 50-Euro-Schein, ist 50 Euro wert. Was denn sonst? Ja, das stimmt schon. Aber wenn ich mit dem jetzt auf einer einsamen Insel stranden würde, so wie Tom Hanks im Film Castaway, was wäre der dann noch wert? Immer noch 50 Euro? Irgendwas hätte sich doch verändert. Lustigerweise aber der Geldschein selbst überhaupt nicht. Physikalisch gesehen ist der Geldschein immer noch derselbe, auch auf einer einsamen Insel. Aber sein Wert hat sich dann verändert. Eine andere Antwort auf diese Frage, wie viel ist der Wert, wäre 8 Cent. 8 Cent, so viel ist das Material wert, aus dem dieser Schein gebaut wurde. Das ist sozusagen der materielle Gegenwert. Da sind so ein paar Metalle drin und die haben in diesen geringen Mengen halt einen kleinen Wert. Und deswegen, wenn ich da jetzt einfach das als Material eintauschen würde, würde ich etwa 8 Cent dafür bekommen. Physikalisch gesehen ist der eine Schein derselbe wie der andere. Aber in menschlichen Gemeinschaften kriege ich manchmal 50 Euro dafür, auf einer einsamen Insel gar nichts. Und physikalisch für den Material wert 8 Cent. Was denn nun? Naja, diese Unterschiede weisen darauf hin, dass es zwei verschiedene Wirklichkeitsebenen gibt. Es gibt einmal die Ebene der Fakten, der Tatsachen. Da würde man jetzt sehen, dieser Schein, der besteht aus Atomen und aus gewissen Molekülen und aus chemischen Elementen ist der zusammengesetzt. Und dieser Schein, der ist chemisch gesehen, physikalisch gesehen identisch, fast identisch mit dem Schein, den ich auf einer einsamen Insel mit dabei habe. Und trotzdem ist dieser eine Schein ganz anders viel wert als der andere. Und diesen Unterschied, den kann ich auf der Ebene der Tatsachen nicht erklären. Den muss ich auf der Ebene der Bedeutung erklären. Und genau da kommen wir ins Spiel. Diese Welt gibt es eigentlich nur für Menschen. Diese Welt gibt es eigentlich nur für Wesen, die Sprache haben, wo das Wort Bank mal jenes, mal dieses bedeuten kann, die sowas wie Symbole haben oder Werteträger, wo also beispielsweise ein Schild auch ein Wegweiser sein kann, also auf etwas hinweisen kann, was nicht das Schild selbst ist. Oder wo solche Scheine eben unterschiedlich viel wert sein können, je nachdem, in welchem Kontext ich mit diesem Schein agiere. Dieser Unterschied, der ist für uns unglaublich wichtig. Und dann hat das Schild sich mit dem� Lacig. Dann ist es für uns unglaublich wichtig. Vielen Dank.